Also irgendwie, Kältewert entsprechend würde, deswegen würde ich das hier jetzt nehmen. Aber das hier ist jetzt auch so, hm, eigentlich ja, ne? Obwohl, aber gegen die Alps, also sie sind ja schon sehr alpfeindlich, also, hm. Hm. Das Risiko würde ich eingehen. Ich sehe schon, du hast scheinbar zu viel Zeit mit den freien Menschen verbracht. Besinne dich auf das Wesentliche, Commander. Du musst deinen alten Auftrag endlich erledigen und Thorals Wissen sichern. Das Schicksal von uns allen hängt davon ab. Bisher war deine Unterstützung nicht viel mehr als Worte. Ich will erst sehen, dass du nicht zahnlos bist, bevor ich den nächsten Auftrag von dir entgegennehme. Zeig mir deine Armee, wie du willst. Du sollst wissen, mit wem du es zu tun hast. Okay, das wird spannend. No. Du sollst wissen, dass du nicht mehr umstaltete Kreaturen, die dem Elex Konsum zum Opfer fielen. Nur diejenigen, deren Geist stark genug ist, halten den Verfall und Wahnsinnsstand, den es jedem Konsumenten bereit hält. Zardom hat einen Weg gefunden, sie zu bändigen und zu kontrollieren. Seelenlose, aggressive Soldaten, die für ihren Anführer in jeder Schlacht ziehen, müssen den Tod für ihn kämpfen. Hatte ich jemals ernsthaft den Zweifel an Zardoms Macht. Also werde ich seinen Plan weiter verfolgen. Er scheint meine beste Option zu sein. Passus 3. Okay. Okay, die Sound-Up-Mischung war scheiße. In Ignadon. Was? In Ignadon ist ein weiteres Elex-Vorkommen. Okay. Das hört sich so an, als wärst du dir sicher. Allerdings, wir sollten alsbald aufbrechen. Hoffentlich werden die Meinungsverschiedenheiten unter den freien Menschen nicht dazu führen, dass wir den Krieg gegen die Alps verlieren. Ich bin nie einem Mann wie dir begegnet, weißt du das? Ach ja? Ja. Bei dir hat man zwar immer irgendwelchen Ärger am Hals, aber am Ende kann man sich immer auf dich verlassen. Hm. Die Männer, die ich bisher kennengelernt habe, waren alles andere als zuverlässig. Die Kerle in Goliath kämpfen meistens gegen Regeln, die sie selbst aufgestellt haben. Kommt dazu, dass die Jungs, die ich interessant fand... Tja, ich war ihnen wohl zu kämpferisch. Ein Mädchen hat hinterm Herd zu stehen. Tch, das ist wohl sowas wie der männliche Beschützer-Instinkt. Ist ja ganz süß, aber wenn es mal drauf ankam, dann... Ah, naja. Am Ende war es immer das Gleiche. Meine Schuld, dass er sich nicht wie ein richtiger Mann fühlt. So ein Unsinn. Dabei will ich doch nichts weiter als... Ähm... Warum erzähle ich dir das eigentlich? Äh... Ich fand es interessant. Ja? Ich, äh... Nun denn. Ja, 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 ja. So langsam knistert zwar. Ja, 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 ja. Hm. Oh, die Musik ist grad voll schön. Ähm... Wir bleiben mal kurz hier so. Ähm... Also, gerade, gerade die Sache mit der Armee war ein bisschen scheiße, weil halt die Monster so laut gegrunzt und gedingenst haben und Jacks Stimme viel, viel, viel zu leise war. Ich hoffe mal, ihr habt's verstanden. Ähm... Ich hab persönlich nicht alle Worte verstehen können. Weiß nicht, vielleicht müsst ihr es da nochmal irgendwie lauter stellen und nochmal gucken oder irgendwie oder keiner... Äh... Aber es war eigentlich relativ episch, glaube ich. Also, also, Zadom hat ne fucking Armee an Mutanten. Ich mein, okay, es waren jetzt wirklich ein paar. Also, es war ein Zyklop, ganz viele von den kleinen Futzels, ein paar mittlere. Ja, ich mein, das ist ein bisschen was. Ist okay. Kann man, kann man machen. Ist jetzt, aber würde ich nicht behaupten, dass das so ne Armee wäre. Also, es ist... Ist ein Trupp. Ist ein Trupp, kann man sagen, würde ich behaupten, so. Ähm... Und... Tja... Hm. Die Sache mit Thorald. Holy Crap! Holy fucking Crap! Ganz ehrlich... Ähm... Ähm... Ich könnte mir gut vorstellen, dass wenn die Berserker genug Mana hätten, dass die einfach die Alps ausradieren würden wollen. Wollen würden, so. Ähm... Und... Ähm... Ansonsten... Ist halt die Frage... Also, das ist natürlich auch wieder ein super extrem interessanter Ansatzpunkt überhaupt. Neues Elex herstellen zu können, außer das, was von Meteoriten gekommen ist. Ich... Ich frag mich, wie dat gehen soll. Ich hoffe mal, Thorald hat Antworten für uns. Und ich hoffe mal, wir müssen Thorald nicht töten. Und ich hoffe mal, sein Wissen ist bei uns in guten Händen. Und wir müssen das nicht irgendwie... Äh... Widerwillen... Zardom oder sonst wem zur Verfügung stellen. Das wär... Hm... Doof. Ähm... Und... Ja... Mal gucken. Ich hoffe mal, wir können mit... Mit Thorald zusammenarbeiten. Ich bin mal gespannt. Also, jetzt wird's... Jetzt geht's Schlag auf Schlag, Leute. Also, ich werd mal gucken, dass ich... Dass ich nicht komplett Quest nach Quest nach Quest mache. Also, klar, das jetzt mit Kaya werden wir natürlich machen, aber... Ähm... Ja, sonst... Ähm... Boah, vielleicht... Also, dass wir uns auf jeden Fall im Tal der Verbanden nochmal auf jeden Fall ein bisschen umschauen. Ich meine, das müsste auch da sein, wo Thorald rumgammelt, oder? Kann das sein? Hm. Weil ihr meintet ja, irgendwie kommen wir nochmal mit der Quest darunter. Also, wird das wohl das sein? Ich kann mir jetzt nichts anderes... Ne? Denken. Ähm... Ansonsten... Hm. Okay, das ist überzeugend. Dann geh jetzt und erledige endlich deine alte Mission. Gut. Ja, äh, äh, äh... Ja, okay. Gut, das... Damit hab ich jetzt nicht gerechnet, dass da nochmal kurz was kommt. Ähm... Haha, haha... Biblablubb, düdüdüm, hybriden, mimimi, so... Und hier, mehr als nur Freunde, aha. Ah, ja, 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 ihr Liste. Ah, ja, ja, ja. Hm. Ja, ja. Wollen wir mal schauen, was sich da entwickelt, ne? Äh, was ich unbedingt mal nachgucken wollte noch, ist jetzt, wir haben jetzt so viele... Kälte intuitiv. Was heißt denn intuitiv? Also, wir sind nicht mehr neutral. Fuck, warte mal. Das heißt, wir sind... Wenn wir nicht mehr neutral sind, heißt das, wir kriegen kein... Äh, kein... Kein... Kein Dingensbonus mehr. Bonus auf Nahkampfschaden. Sind wir jetzt... Ist intuitiv... Emotional? Oder gibt's da noch Abstufungen? Sind wir jetzt noch ausgeglichen oder nicht? Ach, das ist so mies, dass man das nicht weiß, ne? Gefährliche Gegend. Warte mal, warte mal, warte mal. Wie viele Punkte hatten wir? Wir haben jetzt schon zwei Lernpunkte, ne? Äh, ja gut, das bringt uns halt alles nix, ne? Ansonsten... Brauchen von den ganzen Sachen nix mehr. Wir brauchen echt nix mehr. Es ist, äh, wir brauchen einfach nix mehr. Es ist so, auch die Outlaw Skills und so mit den Stims und so. Brauchen wir ja nicht. Wir sind stark genug. Äh, ganz ehrlich. Ich will's auch nicht zu easy haben. Dann macht's halt auch keinen Spaß. Aber ich find, dass süß, dass Jax eventuell ne Freundin kriegt. Ja, wir werden, wir werden nochmal eben so schlafen gehen, um unser Leben aufzufüllen und dann... Vielleicht hat ja Lloyd doch nochmal irgendwas zu sagen. Wahrscheinlich nicht, aber ey. Vielleicht haben andere Gefährten jetzt auch nochmal was zu sagen. Neuer Passus und so, ne? Äh, ähm, soweit ich weiß, ne? Passus 3 dürfte einer der kürzesten sein oder so. Ich weiß, war so 2 und 3 oder irgendwie. Ich weiß nicht mehr. Ich hab mal was gehört, aber ich weiß nicht mehr genau, wie das war. Ähm, ist natürlich immer so. Der erste Passus ist immer der längst... Also, oder erstes Kapitel. Hier heißt's ja nur Passus in dem Spiel. Ähm, sonst... Äh, hast du irgendwas zu sagen? Dieser Krieg ist eine reine Vernichtung von wertvollen Ressourcen. Echt mal. Wir sollten das Elex für effizientere Aufgaben nutzen, anstatt es auf den Schlachtfeldern zu verschwenden. Richtig. Neue Ausrüstung. Commander. Danke, Crony. Ach, Crony. Bester Freund. Crony ist cooler Typ. Das muss dir ja schief gehen. Weiß, das geht überhaupt nicht schief. Ähm. Was wollte ich denn jetzt noch? Äh, klar doch. Ähm, 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 von wegen... Äh... Ich wollte irgendwas sagen. Was vergessen. Ne, aber wir schauen auf jeden Fall, was mit ihr so wird, ne? Das, das... Finde ich interessant, ne? Warum nicht? Und... Sonst... Es hat die Frage, was wir jetzt mit Nasty machen, ne? Weil die... Ah, mal gucken. Äh... Weiß nicht, sagt ihr irgendwas? Endlich zeigen sich die Eisklötze. Jetzt bloß keine Angst zeigen. Hm. Zweimal zeigen im selben... Gespräch. Die Alps sind der Feind. Die Menschen müssen aufpassen, dass sie sich jetzt nicht überrennen lassen. Das ist richtig. In der anderen wahrscheinlich dann auch noch irgendwas Neues zu sagen, kurz, ne? Jetzt ist die Katze aus dem Sack, was? Äh, äh... Die Alps meine ich. Turbulente Zeiten, würde ich sagen. Hm, hm. So langsam wird's kritisch. Okay, du... Er sagt einfach gar nichts. Du hast einfach lame. Wir können ja mal hier eben was... Äh... Mal nachfragen. Wie sieht's denn aus? Du sagtest, die Reaktorspule ist im Heimer. Ja, verdammt. Das Ding hält keine zwei Kilometer mehr durch. Hm. Ich weiß, ich hätte sie schon früher auswechseln sollen. Sie hatte mir schon Probleme gemacht, als der Gleiter noch in Betrieb war. Ah. Wo sollen wir denn jetzt eine Reaktorspule X48 herkriegen, hä? Diese Dinger sind verdammt selten. Hey, warte mal. Mir fällt da was ein. In der hinterletzten Ecke, tief im Westen von Edan, gibt es einen größeren Ruinkomplex. Im Keller von dem Ding gibt es ein altes Wissenschaftslabor. Ich bin früher schon mal da gewesen und hab ne Menge Schrott daraus geholt. Geh mal schauen, ob du da etwas Brauchbares findest. Ich möchte wetten, dass auch eine passende Reaktorspule dabei ist. Geil. Oh mein Gott. Gut, dass ich mich nochmal daran erinnert habe, ihn hier zu fragen, wie es läuft, ne? Ähm. Geil. Dann haben wir zwei Sachen, die wir in Edan jetzt noch machen müssen. Beziehungsweise im Tal der Verbanden. Also hinterletzte Ecke im Westen wird er dann wohl hier sein. Warte mal, Jonesy, alles in Ordnung bei dir? Ah, okay. Ha. Krasser Scheiß, ne? Okay. Okay. Nun denn, speichern wir nochmal und widmen uns mal eben ihrer. Hast du dir schon einmal überlegt, was du machst, wenn das alles hier vorbei ist? Hm. Wenn ich ehrlich bin, habe ich bisher eher relativ kurzfristige Pläne. Warum fragst du? Weißt du, ich hab ja mein ganzes Leben lang kämpfen müssen. Auf Magalan kannst du nur überleben, wenn du stark genug bist. Hm. Ja, und man muss sich schon aussuchen, mit wem man befreundet ist. Denn ohne Hilfe von wirklich guten Freunden überlebt man in der Regel nicht lange. Hm. Ähm, ja und... Dann stellt sich die Frage, wem man sein Leben anvertraut, die nächsten Jahre, meine ich. Ist wahr? Ähm, ja. Naja, irgendwann wird es eben Zeit, dass, ähm... Hm? Und was hast du dir da vorgestellt? Ach komm schon. Du weißt doch, was ich meine. Das ist... Oh Gott, ey. Ih, ey... Mann, dass... Bei jedem... Nach jedem Scheißsatz von Jacks das... Hm? 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 Aha. Hä? S-s-s-s-s-s-s-s-s-s-s-s-s-s-s-s-s-s-s-s-s-s-s-s-s-s-s-s-s-s-s-s-s-s-s-s-s-s-s-s-s-s-s-s-s-s-s-s-s-s-s-s-s-s-s-s-s. Ach, Mann, ey. Aber es ist ja schon... Ein bisschen peinlich ist es ja schon, ne? Aber... Ich finde das gerade so gut. Ja, komm, hier, go for it, ne? Ja, und für mich ist es genauso. Wir sind mehr als nur Freunde. Wirklich? Oh, das ist... Das freut mich, dass du das so siehst. Ja. Ähm. Ich... Hör zu. Wir sollten in Ruhe darüber sprechen. Am besten ungestört. Ja. Ja, das sollten wir. Äh, okay. Oha. Ohne Rüstung. Oh Gott. Ich bin mal still, ne? So, da wären wir. Ja, da wären wir. Du bist unsicher. Aber das brauchst du nicht. Ich, äh... Nun, ich bin... Ähm... Ich bin nicht so gut in solchen Sachen. Hm. Ja, ich weiß. Oha. CGI! 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 Errungenschaft freigeschaltet, Romantiker. Oh Gott. Oh, der arme Jax, weißt du, hat so keinen Plan von nix und ist so, äh, ganzes Leben lang Alp gewesen, komplett Kälte und so und jetzt so vollkommen, hm, ja gut, verständlich, dass der da überhaupt gar keine Ahnung von hat. Aber, oh, was, was halt wieder so war, war halt, da, da habt ihr schon, okay, es, es sah besser aus als andere Zwischensequenzen. Ich weiß nicht, wie viel CGI extra da noch jetzt bei war. Ähm, aber dann direkt wieder, dass das halt der Arm durch das Halstuchding da so durchklippt, ist halt... Ach, Leute, ach, Leute, das hättet ihr doch... Ach, und sie steht auf dem Bett. Ah, ja, scheinbar sehr interessant gewesen zu sein. Ah, äh... Ja. Das... Oha! Oha! Jetzt ist sie wohl... so richtig so... Ne? Wer weiß, was jetzt hier gerade abgegangen ist, ne? Ist sie hier wirklich jetzt auf unserem Bett die ganze Zeit? Hm. Hm. Ja, ähm, okay. Ist ja sonst noch irgendwas eigentlich, was wir looten können. Ähm. Ich glaube, wir sollten uns mal wieder anziehen. Ähm... E-de-de-de-de-de. Vollstreckerrüstung. So, guck mal hier. Ja, Vollstreckerhose. Wams. Ringe haben wir noch dran. Wunderbar. Haben wir überhaupt mal bessere Ringe irgendwie? Nö, ne? Ist alles nichts, was wir unbedingt gebrauchen könnten. Ja. Okay. Haben wir das Schwert angelegt? Ja, Hammer. So. Fehlt dann sonst noch irgendwas? Ne, ne? Ist alles wieder beim Alten. Wunderbar. Ähm. Okay. Dann ist jetzt natürlich die Frage, wie lange wird das dauern, was die da... Ne, wir gucken mal, dass wir es noch eben hinkriegen. Okay. Wir wissen, wo wir hin müssen, also werde ich dir dieses Mal folgen. Es ist irgendwo da vor uns. Irgendwo da vor uns, ja? Und wir sind jetzt gerade genau hier. Interessant, interessant. Ja, hier waren wir ja schon oft genug. Und die Musik gerade wieder. Holy crap, ey. Ja, hier waren wir ja schon oft genug. Und hier lauern tatsächlich neue Mutanten, ha? Okay. Na los. Was soll denn das jetzt hier? Come on. Jetzt hier. Jetzt ist er aber auch mal fertig. Bams, Junge. Wunderbar, wunderbar. Tchuuu. Okay. Man muss ja auch sagen, sie ist halt auch einfach die sympathischste von allen Mitleitern. Okay. Crony ist halt einfach... Crony ist halt was Besonderes. Und ansonsten ist Ray halt cool, ne? Und alle anderen sind so... Ja, Falk ist halt auch noch cool. Nasty ist so... Und Duras ist halt so... Und Arx ist halt so... Besser noch als Duras, aber... Naja. Ach ja, ist schon alles hierzu. Also denn, ähm... Dürfte alles safe soweit sein, ha? Wird jetzt was getriggert? Hier ist es. Ah ja. Die Gegend ist alles andere als einladend. Aber gut, ich werde mein Glück versuchen. Tritt ein Stück zurück. Hm. Wo sind denn hier Krähen? Oh Gott. Was ist passiert? Ich... Ich denke, ich habe mich... Es war einfach zu viel. Konntest du etwas hören? Ja. Das konnte ich. Und es ist... Wir sind verloren. Wovon redest du da? Was? Der Meteor. Er ist nicht zufällig auf Magalan getroffen. Das Elex selbst hat ihm seinen Weg zu uns hierher gewiesen. Es hat etwas vor. Es hat einen Plan. Es will uns auf etwas Großes vorbereiten. Vorbereiten? Auf was? Ich kann es dir nicht sagen. Aber ich fürchte, es wird unsere Welt verändern. So wie es das Elex ohnehin schon getan hat? Nein, nein. Das ist etwas anderes. Das, was noch kommen wird, wird viel weitreichender sein. Das Elex sprach von seinen Herren. Und dass sie es sind, die unsere Welt eines Tages übernehmen und auf ihre Bedürfnisse anpassen werden. Aaaaaaah. Bist du... Bist du... Bist du... Bist du... Die Herren des Elex? Wer sind sie? Wo sind sie? Was wollen sie? Ich kann dir nur sagen, was das Elex mir gesagt hat. Und das war nicht besonders viel. Aber sollte es diese Herren des Elex wirklich geben, und sind sie auch tatsächlich so mächtig, dann erfahren wir es früh genug. Spätestens dann, wenn sie sich offenbaren. Wer weiß, was die Zukunft dann für uns bereithält. Du glaubst also, dass uns vielleicht ein noch größerer Krieg bevorsteht, als der, in dem wir gerade stecken? Ich weiß es nicht. Wann wird das passieren? Schwer zu sagen. Da war das Elex nicht ganz eindeutig. Das ist nicht gerade viel. Tut mir leid. Mehr kann ich dir zum jetzigen Zeitpunkt nicht sagen. Hoffen wir das Beste. Hm. Naja, das ist schon... Holy fucking shit. Ähm, okay. Okay. Die Herren des Elex heißt Aliens? Außerirdische? Heißt, es gibt eine Spezies im Weltraum, die das Elex komplett beherrscht? Die, keine Ahnung, wie die genau in Verbindung stehen? Heißt das jetzt, das Elex hat selbst ein Bewusstsein, oder ist das das... Ja, nee, doch, das Elex hat trotzdem selbst ein Bewusstsein. Und das Elex warnt uns jetzt davor... Also, das Elex bereitet uns jetzt auf die Invasion von den Aliens vor, oder... Oder, oder, oder ist das nur ein Vorbote und eigentlich nicht für uns als gut gedacht? Und warum... Ja, hieß das jetzt Verlust der Menschlichkeit? Heißt ja auch scheiße. Okay, also... Irgendeine außerirdische Rasse, die den Planeten für sich nutzen will, weil wahrscheinlich ihr eigener Planet... Wahrscheinlich... Oh Gott, das könnte so deep gehen. Holy crap! Ähm... Ich gehe mal davon aus, dass das Foreshadowing auf Elex 2 ist. Ach, du Scheiße. Wegen der Elex Nebenwirkungen. Ja? Ich habe hier pures Mana für dich. Vielen Dank, das hilft mir sehr. Sehr gut. Achso, ah ja, okay, gut, das war nur das wieder. Okay, wunderbar. Ähm... Hast du erreicht, was du wolltest? Ja, eigentlich schon. Das heißt aber nicht, dass es mir gefällt. Viele Erkenntnisse über die Dinge, wie das Elex unsere Welt verändert, sind überwältigend und sehr mächtig. Ich kann jetzt viel klarer sehen und habe verstanden, wie das Elex wirklich funktioniert. Es lässt mich jetzt Dinge tun, von denen ich vor ein paar Tagen nur hätte träumen können. Und trotzdem hinterlassen mich diese Erkenntnisse mit einem sehr beklommenen Gefühl der Ohnmacht. Ähm... Du bist möglicherweise der mächtigste Mensch auf Magalan. Und du fühlst dich ohnmächtig? Ich bin nichts Besonderes, wie ich es vielleicht immer gedacht habe. Ich musste erkennen, dass ich bestenfalls nur einer Laune der Natur gleichkomme. Dem Elex und denjenigen, die es kontrollieren, gehört die Zukunft. Denn das Elex gehorcht jedem, der Zugang zu ihm findet. Das ist seine Natur. Es ist weder gut noch böse. Es hat keine Skrupel oder Emotionen. Es wurde erschaffen, um zu dienen. Wer am Ende entscheidet, was mit dem Elex geschieht, entscheidet über das Schicksal unserer Welt. Und ich habe Angst davor. Nicht schlecht. Okay. Verstehe. Das ist... Kranker Scheiß. Das ist richtig kranker Scheiß. Okay. Ich glaube, mehr gibt es nicht zu sagen. Wie geht es dir? Mir geht es gut. Ich hoffe dir auch. Du weißt, dass ich dich liebe, oder? Ja. Hm. Ich wollte es nur noch einmal gesagt haben. Hm. Gut. Hätten wir das auch geklärt, Leute? Ähm. Das... Das... Das ist alles... Was? Ich denke mir auch, ich mache am Sonntag nochmal eben eine kleine Aufnahmesession, damit ich genug vorproduziert habe. Und dann kommt hier sowas! Ach, das ist doch... Holy fucking shit! Ich werde dir... Also... Okay, also diese Folge hier ist auf jeden Fall Überlänge. Ähm. Ist mir jetzt auch egal. Äh, das... Das... Pfff... Äh... Pfff... 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 Ne? Kacke, Mann! Äh. Was soll ich denn bloß wieder für die Folgen von Thumbnail und Titel nehmen? Äh. Das Dilemma wird wieder riesig. Oh mein Gott. Äh. Holy crap! So viele Theorien! So viele... Äh, das wollte ich gar nicht. So viele Sachen, über die man reden und nachdenken könnte, was alles passieren könnte, was und wie und wo und... Holy shit, man. Was? Einfach nur... Alter, was hier alles passiert gerade, ist der shit. Holy fucking crap. Okay. Also, das Spiel nimmt sowas von an Fahrt auf. Die Lore, das... Die Story, die alles... Ist einfach... Ne? So, Leute. Also, jetzt hier, ne? Beendet, ich mach die Folge. Müsste jetzt sogar mal eine 30 Minuten Folge sein, oder? Kann das sein? Na gut, Leute. Ich würde mal sagen, wenn es euch gefallen hat, dann lasst doch ein Like da. Wenn nicht, dann nicht schreibt in die Kommentare, was ihr zu dem ganzen Zeug sagt, was ihr davon haltet und wie auch immer. Und dann sehen wir uns beim nächsten Mal wieder. Und ja, ich hab so ein bisschen einen Plan, was wir als nächstes machen werden. Bis dahin. Wie immer jeden Tag, 17 Uhr. Bis morgen. Ciao, Leute!